So, jetzt zeig ich dir mal, was die für Hausaufgaben kriegen, ne? Aber richtig nicht auf, krieg ich keinen Schlaganfall. Guck mal hier. Müssen sie so einen Tempel bauen. Die Sollen des Islam. Die Sollen des Islam. Guck mal hier. Die Geschichte, die Hintergründe, der Glaube, guck hier. Die fünf Sollen des Islam, die Scheiße, guck mal. Da müssen sie komplett drüber schreiben, guck dir das mal an. Die sind doch nicht ganz dicht, oder? Guck mal, was soll der Dreck? Guck dir das mal an. Guck mal. Das ist Schule, ne? Die deutsche Schule, ne? Das geht alles um den Scheißdreck. Guck dir das mal an. Ja, das nicht. Das ist nur die Pasta. Hier, guck dir das mal an hier, was die machen müssen. Dazu werden wir gezwungen. Ha! Gezwungen, wa? Ja. Guck dir die Scheiße an. Die sind in Deutschland. Richtig. Die müssen was über uns erfahren, ich will über die. Ganz genau so ist das. Die müssen was über uns erfahren, ich will über uns erfahren, ich will über uns erfahren. Das ist das. Vielen Dank.